Guten Morgen, Rexy People! Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, am Weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren, wo ihr kommt gerade von einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Andrangungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um einmal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reihen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterlässt oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag! Ich habe eigentlich nur eine Mission, ein Ding. Und das ist, möglichst vielen Menschen in meiner kurzbemessenen Zeit, die ich hier sein darf, den Hinge beizubringen. Das klingt total banal, aber das ist wirklich, also das ist innen drinnen meine Mission. Mit all den Gym aufbauen und Online und Outdoor und Equipment und Sandbags und dem Ganzen drum und dran. Ich glaube, oder mein Ansatz ist, wenn ich und mein Team und allen, denen wir das beibringen dürfen, ein Ding beherrschen, nämlich den Unterschied zu spüren und zu können zwischen Hinge und Squat, Bewegungsmuster. Das heißt, ich kenne den Unterschied zwischen meiner Hüfte rotieren und meiner Hüfte locken, um quasi rauf und runter zu gehen. Das würde so viele Probleme lösen. Rückenprobleme, nicht feuernde Oblix, nicht feuernde untere Bauchmuskeln. Das Nummer eins Ding, was ich gerne ändern möchte. Nicht, dass alle Leute abnehmen und so weiter ist auch schön, aber ich will, meine Mission, unsere Mission, unsere Gregs Mission ist, free the hinge. Das vermitteln, warum es geht. Es geht nicht ums Deadliften oder mehr Gewicht bewegen, sondern verstehe ich, was der Unterschied ist zwischen meiner Hüfte rotieren und meinen Hintern und meine Oblix zu verändern, irgendwas vom Boden aufzuheben und etwas zu squatten, wo ich das eben nicht brauche oder nicht verwende und nicht mache. Wir wollen Rückenschmerzen besiegen. Und Leute unfassbar kräftig machen. Gregsys und alle, die noch Gregsier werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war unser Volksfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt. Wie immer an gregatgregsdream.com. Hier einfach reinsteigen auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken. 0664-84-85-928. Wir haben einen richtig geilen Gratisscheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Gregsier Challenge für zwei Wochen ausprobieren. YouTube-Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Gregsier. All right. Untertitelung des ZDF, 2020